Hallo und herzlich willkommen zum neuen Part von Dark Project 2 oder Thief 2, wie es nur im Original hieß. Äh, ja, die Unterhaltung ist vorbei, wir haben sogar ein neues Objective bekommen. Wir sollen irgendwie so einen Schlüssel noch holen. Ich hab ehrlich gesagt, keine Ahnung mehr gehabt, was es jetzt genau ging, weil das Problem einfach ist, es war einfach zu unbeutlich. Auf dem morgen, lass mich kommen bei der Arbeit und helfen Sie, um die Dinge zu verabschieden. Ich würde sehr glücklich sein, könntest du helfen. Tis nichts. Think on es, als die Copper und Tin mingle, um die Stronger Bronze zu machen, so dust wir, um uns zusammen zusammen in Charis' Forge, um die Stronger zu machen, als auch. Du bist wise. Tis Charis, who ist wirklich wise. His bounty and the machines we construct shall help all of humanity in the coming times. And all shall know his wisdom. I will be glad to have this wretched task behind me, that I might move to a more profitable position. Nah. Oh, da geht's nicht das aus, ich mir jetzt ganz frech. Okay, save. Aber die Stelle passt schon ganz gut, weil ich glaub, ihr kommt nicht. So, jetzt helfen wir auf eine neue Bedrohung, zum ersten Mal. Nein, nicht die Dinge. Nein, nicht die Dinge. Ja. 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 Es ist kein Geheimnis, dass die Mechanisten die Scherr. Truart mit diesen Maschinen vermittelt. Ah, ich will das doch nur lesen. Ah ja, genau. So, in einem Turm soll ein Schlüssel sein. Den müssen wir kopieren. Kopie müssen wir hier anfertigen. Und ich glaube, dann müssen wir den Schlüssel auch wieder zurückbringen. Das ist echt mal ganz frech. Einfach, weil ich keinen Bock koppel. So, okay. Nein. Gut, da habe ich übrigens... Das sind Dinge... Ihr hört es. Beziehungsweise hört es nicht. Dafür sind Moosballer da. Verdammt. Die Frage ist nur... Was ist mein Ziel? Warte mal. Eastern Tower hat er, glaube ich, gesagt. Jetzt müsste er in dir... Da ist East. Ich mag Räder nicht. Geht sich also hier an von einer komplett Stupide. Ich glaube, ehrlich gesagt. Genau. Hey! Wo habe ich den? Genau, jetzt erinnere ich mich wieder, es ging um ein Schloss, äh, also um ein, 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 ähm, ähm, was war das Wort, was ich gerade suche? Äh, ähm, Tresorschloss. Also so ein, so ein Schließfach in der Bank. Das war's. Jetzt sehe ich gerade, äh, den Schlüssel, den ich hier habe. Das ist nämlich der, ich sehe gerade, dass ich den eigentlich schon links habe. Ja, jetzt kommt das Schwierigere. Muss den Raum rausfinden, wo ich den scheiß Schlüssel hier habe. Apropos, äh, wie sieht denn die aus mit, nein, nicht, äh, das, äh, warum müssen wir noch ein bisschen Kohle finden? Muss dann doch hier nach unten. Ich hasse diesen Ort, aber ich habe irgendwie aus irgendeinem Grund meine Angst nicht mehr ganz so groß wie früher. Das ist eine alte Katakomben von den Hamaristen, äh, Hamariten. Das sind quasi die, aus denen diese Mechanisten entstanden sind. Irgendwie geht es um den Abrauer. So sieht ein Hamarit aus. Scheiße, ich habe Angst. Warum bist du so brutal? Die sind auch viel schneller als normaler Camper. Alter, ich habe keine Chance gegen die. Stimmt, da war ja was. Die waren ja um einige schneller und tödlicher. Wie habe ich denn insgesamt 800? Okay. Hup, da. Hup, da. Wir schauen da später nochmal vorbei, wenn wir keinen anderen Weg finden. Gut. Ähm, ja. Ich hasse diese Stelle. Ich habe das damals gespürt, als ich viel jünger war. Mit all der Worten das Ding hat mir wirklich einen Herzinfarkter allergrößten Wüte gegeben. So, es wäre dumm, über diesen Weg wieder reinzugehen, weil da... Ich muss nochmal rausfinden, wo ich gerade bin. Ah, hier bin ich. Ein bisschen Dienstbotenausgang, glaube ich. Eingang, Ausgang, whatever. Ich sage mir, vor allem mein Freund, dass ich die Kinder von Karis war mehr... ...mild sind. Er ist nicht die erste, die sie bedreht. Weil ihren W participate in deruhmach wird, um den Zweck zu begerähen, um die Enemies von Karis zu begeräten. Er ist relativ gut. Er ist wieder drin. Er ist einstrahl, das Leben, der Karis vor sich auzieren. Er ist eine Karte, der Le intelligence von Leucht, der Leucht, der Wüterhebelnst. Er ist glücklich. Er ist ein Wüterheuer. Ich habe den großen jetzt einfach, damit ihr mal seht, wie man diese Viecher ausschaltet. Dieser Ofen hinten ist halt der Punkt. So, jetzt muss ich dann noch nachdenken. Wo? Das war eine der Räume hier. Wie ist der ein Tower wahrscheinlich? Wo ist der? Wo ist der? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich bin den falschen Weg gelaufen. Vermute ganz ehrlich gesagt, der ist hier. Welche Taste war nochmal das? Nein. Scheiße. Egal, so viele Räume könnte es gar nicht sein. Ich bin tot sind. Ich bin tot sind. Ich müsste dann einer von diesen Zweien sein. Jawohl. Gut. So weit, so gut. Was jetzt noch fehlt, ist die Kohle. Wenn wir wieder ein Objective geplated haben, speichere ich mal. Wie ihn der ausgeschaltete Roboter gar nicht mal bemerkt, äh, äh, wirklich stört. Der cheatet doch. Der cheatet doch. Ich habe keine Ahnung. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, ich schaff das. Ich wollte eigentlich nur mal kurz durchschauen, ob ich hier noch die letzten, weil ich glaub so viel Gold fehlt mir ja nicht mehr. Komm schon. Heiliges Symbol. Hm, dass das aber nicht unten so erscheint, vermute ich mal, das wird nur Objekte für den höchsten Schwierigkeitsgrad sein. Ganz ehrlich. Ich glaub hier war nur der Heiltrank drin, aber hey. Hm. Da hinten liegt doch was. Da will ich hin. Geh da weg. Geh da weg. 31 Gold. Ernsthaft. Geh da weg. Den Weg geh ich noch nicht. Habt ihr gesehen, wie viele Heiltränke ich gleich gleichzeitig benutzt habe? Heldet ihr mal. We're in it. Okay. Ich dachte, ich könnte damit das Licht ja drüber ausschalten, aber... ... ... ... ... ... ... ... ... Okay. Das war jetzt merkwürdig. Warum zur Hölle? Wo ist mein Gold? Hey, jetzt ernsthaft, ich brauche doch nicht mehr viel. Wahrscheinlich ein Secret gibt es hier. Da drin war noch, glaube ich, was. Soll ich noch was machen? Okay. Wo ich da runter springe, save ich, weil ich mir echt nicht sicher bin. Was soll denn, hier ist ein Secret, aber der hat nicht mehr... ...ein Geldsack dabei? Oh, was soll denn, hier ist ein Secret, aber der hat nicht mehr... ...ein Geldsack dabei? ...ein Geldsack dabei? Das war jetzt ein Secret, das kann es doch nicht sein. Ich bin jetzt gerade echt leid angepisst, das hier... ...und jetzt ein Grabständer werden. Der ist jetzt langsam im Lied... ...merkwürdig. Ich meine, er wird da wohl irgendwo ein bisschen was noch an... ...Wertsachen rumlegen. Ich kann hier bald wirklich ungestört rumlaufen, weil nur noch ein, zwei Wachen hier rumlaufen. Oh! Deswegen, ich bin jetzt gerade eigentlich... ...ich sollte eigentlich... ...die Aufnahme eigentlich... ...hatte geplant, in dieser Aufnahme die scheiße Mission endlich zu beenden. Erstmal zurück Sie führt... Ja. Ja, ist yells, aber dann wenn wir dann... ...bauen Sie zumindest. Ist mir egal. Einen Kill mache ich jetzt. Das heißt nur, ich soll keine Unschuldigen töten. Von dem Pisser war nichts zu hören. Sieht wahrscheinlich hier irgendwo noch ein ganz kleines Stück, oder? Ja, zufrieden. Ja, fuck you all, bitch. Ich zeig euch mal die Mittelfinger. Gott, also sorry für die etwas längere Mission. Aber schaut euch das an. Jedes Mal neue. Nee, haut rein.